Ja, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zur ersten, allerersten Filmstaats-Pressekonferenz. Ein frohes neues 2023. Ich hoffe, ihr habt es letztes Jahr alle gut überstanden und bin froh, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier mit uns direkt ins Neujahr zu starten. Und ja, zu meiner Linken darf ich begrüßen natürlich unseren Chef-Moderator Sebastian Gätschikow und daneben unseren technischen Leiter, man sieht ihn manchmal im Hintergrund, er ist für Hocker verantwortlich unter anderem, André Schreyer. Und unser Chef-Moderator wird dann erstmal die Runde eröffnen mit seinem Statement zum vergangenen Jahr 2022. Ja, das war gut. Zwölf Monate, die waren voll, die waren intensiv. Wir haben viel geschafft. Wir haben tolle Serien, wie She-Hulk, wie Herr der Ringe. Aber nein, ja, im Ernst, also wir hatten Herr der Ringe, das war richtig gut. Immerhin haben wir da dann auch angefangen mit unseren Livestreams. Das erste Mal Livestreams so richtig hier auf Filmstaats, das war schon eine Wucht. Wir hatten Julius vor der Kamera, Pascal vor der Kamera, also auch mal so ein paar Gesichter aus der Redaktion. Das hat schon Spaß gemacht. House of the Dragon war auch toll. Was Marvel angeht, weiß ich gar nicht so richtig dieses Jahr, wie man das so bewerten soll. Es war ein sehr, sehr großes Hin und Her, sag ich mal so. Also es war nicht so saugeil, wie wir das von Schweinebrause her kennen, unserem Sponsor hier. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich meine, es war ein Jahr der Community und deswegen freuen wir uns ja auch, dass wir das hier der Community zurückgeben können. Wir haben die 200.000 Abonnentenmarke geknackt. Das war schon ein richtiger Meilenstein für 2022. Und da bin ich sehr stolz drauf. Also auch auf meine Arbeit, aber natürlich auch auf die Arbeit vom Team. Hier vor allen Dingen unser technischer Leiter Bild und Ton hier, der hat das ja wirklich hier gerade auch, was das Studio angeht, was die Livestreams angeht, wunderbar. Auch hier der Herr Zauwitzer hat natürlich seinen Beitrag geleistet. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und ganz besonders bedanken will ich mich natürlich auch noch bei meinem lieben Freund und Kollegen Yves von Moviepilot, weil der war ja auch immer unterstützend an meiner Seite. Und ja, ich kann nur sagen, es war ein gutes Jahr. Ja, doch. Das darf der Herr hier vorne rechts beginnen vom Süddeutschen Magazin, bitte. Herr Gätschkopf, Sie haben ja dieses Jahr angefangen, auch live zu streamen auf YouTube über Filmstarts. Wie war denn so die erste Erfahrung damit und wie geht es weiter mit den Livestreams? Es war aufregend für uns, weil wir haben ja tatsächlich noch keine Livestreams in dem Ausmaße gehabt. Und wir hatten alle so ein bisschen Bedenken so, ja, wird das ziehen, wird das nicht ziehen. Gerade auch, weil Ringe der Macht ja eine Serie war, die höchst kontrovers aufgegriffen wurde. Und wir hatten natürlich auch so ein bisschen Bammel, dass wir da irgendwie im Chat irgendwelchen Backlash bekommen oder so. Aber nochmal hier, beste Community der Welt, das war wirklich konstruktiv. Wir sind aufeinander zugegangen, wir haben miteinander gesprochen und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Und die Pläne für 2023, was Livestreams angeht, sind auf jeden Fall da. Also wir wollen da auf jeden Fall mehr reingehen, weil wir einfach auch gesehen haben, okay, die Leute haben Bock drauf. Und dann wird es sicherlich auch in naher Zukunft was geben. Wir müssen gucken, welche Serie sich eignet, ob wir vielleicht auch mehr in den Filmbereich gehen, weil Serien machen wir ja auch viel mit Moviepilot. Müssen wir mal schauen, aber es wird definitiv Livestreams geben. Ja, ich sehe, es sind auch ein paar Leute aus der Community da. Dann öffnen wir mal die Fragerunde und ja, der Herr hier vorne bitte einmal. Ja, vielen Dank. Glaubst du, dass Marvel in Phase 5 nochmal die Ruder rumreißen und die Marvel-Fatigue beenden kann? Oder werden Superheldenfilme bald enden wie Musicals und Western? Na gut, dass das Ganze vielleicht irgendwann mal enden wird, ist sicherlich vorgegeben. Gerade wenn man halt sich Musicals und Western anschaut. Ich meine, gibt es zwar auch immer noch, aber längst nicht mehr so häufig wie früher. Und das kann schon sein. Ich bin aber auch ein bisschen zuversichtlicher, dass Marvel in Phase 5 da vielleicht doch ein bisschen mehr reißen kann. Einfach, weil das Ganze ja jetzt dann mit Ant-Man 3 anfängt. Da haben wir das erste Mal dann so richtig Kang. Und dann verstehen wir vielleicht auch so ein bisschen besser, wie dieses Multiverse jetzt an sich aussehen soll und wie das denn ja hinarbeitet auf Phase 6 mit Avengers 5 und 6. Also ich hoffe, sie reißen das Ruder rum, muss ich einfach so sagen. Also wie gesagt, Phase 4 war wirklich sehr, sehr holprig. Aber ich habe Vertrauen in Phase 5. Gab es eine Serie oder einen Film, der noch schlimmer war als She-Hulk? Boah, fiese Frage. Eine Serie, die noch schlimmer war als She-Hulk? Also im Serienbereich glaube ich nicht. Also ich glaube, ich habe in diesem Jahr nichts Schlimmeres gesehen als She-Hulk. Filme? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht wirklich. Ich bin ja nach wie vor kein Fan vom Black-Adam-Film. Aber selbst den würde ich mir ja angucken als nochmal She-Hulk. Hallo Sebastian. Welchen Film konntest du im Kinosaal dieses Jahr nicht aushalten und bist eventuell auch schon vor dem Ende rausgegangen? Das würde mich mal interessieren. Sowas gibt es bei mir gar nicht. Also egal wie schlimm ich einen Film finde, ich bleibe drin. Weil am Ende des Tages will ich ja wenigstens irgendwie meine Meinung dazu äußern. Und um meine Meinung äußern zu können, muss ich es halt komplett gesehen haben. Weil vielleicht genau in dem Augenblick, wo ich aufstehe und rausgehe, passiert der krasseste Plottwist und auf einmal wird es ein guter Film. Also von daher, ich gehe nicht aus dem Kino, egal wie schlimm der Film ist. Haben Sie da ein Beispiel aus der Vergangenheit? Wo sie wirklich überrascht war, dass da so ein Plottwist kam, der Film der Scheiße anfing und dann am Ende was Großes rauskam. Nee, tatsächlich nicht. Aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zum Schluss und wer weiß, vielleicht passiert es ja irgendwann nochmal. Danke. Und welche Serie hat dich dieses Jahr am meisten begeistert und warum? Und folgende Frage noch, welcher Film, welche Serie aus diesem Jahr ist dein absoluter Geheimtipp? Geheimtipp. Geheimtipp ist im Serienbereich tatsächlich The Peripheral auf Prime mit Chloe Grace Moretz. Ist jetzt auch noch gar nicht so lang her. Fand ich wirklich fantastisch. Gibt es auch ein Video hier auf Filmstarts. Könnt ihr euch da also auch angucken. Wirklich eine sehr, sehr coole Sci-Fi-Serie. Sehr komplexe Konzepte. Macht wirklich Spaß. Und so die Serie des Jahres für mich ist tatsächlich House of the Dragon. Also, nachdem ja viele nach Staffel 8 von Game of Thrones irgendwie sehr skeptisch gewesen sind, hat mich die Serie echt umgehauen. Die hat Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, die hier auf Filmstarts Woche für Woche zu begleiten. Und von daher, ja, definitiv House of the Dragon. Dann die Dame hier vorne einmal bitte. Ja. Welche Serie oder welches Serienfinale hat deine Erwartungen denn übertroffen? Und welche waren eine absolute Katastrophe? Ah, und was ich auch noch fragen wollte, kommt mal ein DC Comics mal anders? Also, nachdem wir Marvel mal anders dieses Jahr leider beerdigen mussten, müssen wir mal schauen, ob es dann zu einem DC mal anders irgendwie kommen wird. Vielleicht finden wir da irgendwie ein neues Konzept. Da muss ich mich mit Hadi und André vielleicht auch noch mal kurz schließen, wie wir das irgendwie machen können, wie wir es vielleicht anders gestalten können. Und welche Serie hat mich dieses Jahr überrascht? Ich muss tatsächlich sagen, die Miss Marvel Serie. Also, da hatte ich vorher wirklich sehr, sehr geringe Erwartungen dran. Und gerade die ersten zwei Episoden haben mich dann wirklich umgehauen. Die Serie ist nicht perfekt. Das mal gleich vorweg. Aber sie macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und Iman Velani in der Hauptrolle ist unglaublich gut. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir sie 2023 denn in The Marvels wieder zu Gesicht bekommen werden. Du spielst ja auch sehr viel. Da kommt der Hogwarts Legacy, Jedi Survivor und Spider-Man 2 und sowas. Was ist dann dein Most Wanted Spiel nächstes Jahr? Boah, also das Spider-Man Spiel auf jeden Fall. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Ich warte tatsächlich auf das Dead Space Remake. Ich war ein großer Dead Space Fan damals und es ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Und ja, meine PS3 ist glaube ich auch schon irgendwo eingestaubt unten im Keller. Deswegen kommt das Remake genau richtig. Und dann noch eine kurze Nachfrage. Was war denn dein liebstes MCU Projekt 2022? Boah, das ist schwer, das ist schwer. Also 2022 war doch ein bisschen durchwachsen. Ich glaube, trotz all ihrer Schwächen hat mich Miss Marvel halt am meisten gehypt und hat mich am meisten irgendwie auch abgeholt. Und es war wirklich mal so ein bisschen frischer Wind, deswegen sage ich mal Miss Marvel. Die nächste Frage hier vorne einmal, der Herr im roten Pullover. Ja moin, Pfirsichkrieger bin ich, hallo. Meine Frage ist, was für Comics hast du denn dieses Jahr so dir angeschaut, durchgelesen? Ich muss tatsächlich gestehen, dieses Jahr war bei mir echt ziemlich Comic-arm. Ich habe zwar eine Unmenge gekauft, weil man kann nie genügend Comics zu Hause haben. Ich werde auf jeden Fall, was ich nach wie vor immer wieder empfehlen kann, ist einfach Bones von Jeff Smith, glaube ich. Und den lese ich eigentlich immer wieder gerne. Und ja, von Jeff, die Namen, Jeff Liemeier, Gideon Falls, habe ich mir jetzt die komplette Reihe geholt. Und da bin ich auch sehr gespannt auf. Aber tatsächlich, ich muss zu meiner Schande sagen, dieses Jahr habe ich echt wenig Comics gelesen. Ja, diese Frage hätte auch von mir stammen können. Glaube ich, glaube ich, ja. Die kam mir, da kam mir jemand dann zuvor. Also frage ich dann lieber mal, hast du dieses Jahr mehr Minuten mit Serien oder mit Musik verbracht? Mehr oder weniger als 500 Euro für das Kino ausgegeben und mehr gute Serien bekommen als verloren? Also definitiv, glaube ich, mehr mit Filmen und Serien verbracht als Musik gehört. 500 Euro für das Kino in einem ganzen Jahr, glaube ich, ja, ich meine, Kinopreise und Popcorn und sowas alles. Und leider gibt es nicht überall Schweinebrause im Kino. Also ja, auch definitiv mehr Geld für Kino ausgegeben und mehr gute Serien bekommen als verloren. Schwierig, ich habe fürs Lesen ja so viel auf Serien verzichtet. Aber ich glaube, wir hatten generell eigentlich ein ziemlich gutes Serienjahr. Deswegen würde ich mal sagen, mehr gute Serien bekommen als verloren, als schlechte. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Danke. Hey Sebastian, was waren denn 2022 deine emotionalsten Momente beim Filmen, Serienschauen oder auch Lesen? Und also welche Szenen haben dich zum Weinen gebracht, zum Lachen oder wann wurdest du wütend? Uff, das ist tatsächlich Everything Everywhere All At Once hat mich beim ersten Mal gucken wirklich sehr zu Tränen gerührt. Gerade wenn dann sich zum Schluss so diese Mutter-Tochter-Beziehung da so ein bisschen aufklärt. Das war schon sehr, sehr traurig. Als großer Rom-Com-Fan habe ich 2022, das ist jetzt zwar kein Kinofilm, aber egal, ich nenne ihn jetzt trotzdem das erste Mal Last Christmas geguckt mit Emilia Clarke und Henry Golding. Wenn ihr mal was Gutes braucht, kann ich euch empfehlen. Es war eher so ein Weihnachtsfilm, aber da wurden definitiv sehr viele Zwiebeln beigeschnitten. Und ja, ich weiß nicht, ich hoffe, das beantwortet die Frage irgendwie so ein bisschen. Es war ein emotionales Kino, ja, für die ganzen Kleinfilme, muss ich sagen. So Filme wie Bones and All haben mich auch irgendwie sehr getroffen. Ja, es war nicht so der richtige Tierjoker dabei, so wo ich jetzt irgendwie aus dem Kino rausgekommen bin und noch die letzten Drehe irgendwie wegdrücken musste, aber es war schon viel Gutes dabei. Da jetzt God of War als Amazon-Serie kommen soll, wollte ich dich Folgendes fragen. Welches Spiel würdest du gerne spielen? Äh, spielen und verfilmen natürlich. Spielen will ich noch so unglaublich viele. Verfilmen ist ja, verfilmen ist immer so eine Sache. Bei Videospielen habe ich immer so das Gefühl, ja, es kann ja doch nichts werden. Also, ich hoffe, HBO belehrt uns jetzt eines Besseren und liefert uns eine geile The Last of Us-Serie. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel wäre denn so... Ich weiß nicht, vielleicht so im Zusammenhang mit dem Super Mario Brothers Film jetzt. Vielleicht geht man wirklich mal so ein bisschen in die Zelda-Richtung. Könnte ich mir zumindest spannend vorstellen, weil da hat man ja eine große Welt. Könnte man viel Fantasy draus machen. Oder vielleicht wirklich endlich mal einen guten Resident Evil oder irgendwie sowas in diese Richtung. Mal schauen. Aber wie gesagt, ich bin da immer eher ein bisschen skeptisch. Dieses Jahr kam ja auch God of War wieder und Elden Ring. Wie stehst du denn zu den Spielen? Was war denn... War eins davon vielleicht dein Game of the Year auch? Oder wie stehst du erstmal zu denen? Ich muss sagen, ähm, God of War, Ragnarök, äh, hat erst der Weihnachtsmann gebracht. Das heißt, das habe ich noch nicht mal gespielt. Ähm, trotz allem ist Elden Ring. Elden Ring ist bei mir so das Ding, deswegen hier auch, äh, danke an Hardy für die Empfehlung. Weil das war schon, das war so ein Kracher. Also das hat mein, mein Dasein als Zocker auch irgendwie sehr, sehr verändert. Und, äh, hat mich sehr viel Blut und Schweiße gekostet und, äh, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Das, das ist, das wird mir auch keiner nehmen können. Gehen wir mal in eine etwas andere Richtung. Du hast es eben schon mal erwähnt, dass du viel liest und dieses Jahr vielleicht sogar mehr gelesen hast als Comics. Das stimmt, ja. Äh, wie viele Bücher hast du denn dieses Jahr gelesen und, äh, welche kannst du uns empfehlen? Vielleicht drei Stück? Drei Stück, ah. Also ich hab, bin dieses Jahr tatsächlich auf, äh, 30 Bücher gekommen, die ich selber sehr stolz auf, hab meinen Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Ähm, es gibt so viele unglaublich Gute, die ich empfehlen kann. Ähm, auf jeden Fall, äh, Thea Dorn, die Unglückseligen, war wirklich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, weil es ein sehr, sehr komplexer Roman gewesen ist. Trotzdem war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte hatte und eine sehr, sehr schöne Sprache. Also die Frau kann wirklich gut schreiben. Ähm, was habe ich denn dieses Jahr noch so gelesen? Es sind halt 30 Bücher, ne? Da muss man dann erstmal irgendwie hintersteigen, was man noch so hatte. Ähm, ich hab mal wieder Haruki Murakami gelesen. Ich werd nicht müde, den zu empfehlen. Diesmal war bei mir, äh, Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt dran. Ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Und, ähm, aus dem Horrorbereich vielleicht, ähm, My Heart is a Chainsaw. Mir fällt leider jetzt nicht mehr der Name des Autoren ein, aber kann ich wirklich sehr empfehlen. Für alle Slasher-Fans da draußen ist es eigentlich genau das Richtige. Schön blutig, trotzdem auch eine gute Story. Interessante Hauptfigur. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich bin mir sicher, dass Hollywood da schon dran ist, das irgendwie zu verfilmen. Ja, an Herr Schreier meine Frage einmal. Ähm, es ist ja letztes Jahr ganz schön viel visuell auch auf den Kanälen passiert und auf Filmstads ja auch. Ähm, was haben Sie denn genau umgesetzt? Man kann das ja immer von außen gar nicht so ganz beurteilen, aber es sieht ja anders aus. Also ein großer Meilenstein war natürlich, äh, die Greenscreen-Produktion, die wir dieses Jahr durchgezogen haben. Ähm, und... Natürlich auch der erste Livestream auf Filmstads, den wir erfolgreich, glaube ich, äh, durchgeführt haben zu Herr der Ringe. Ähm, ich hoffe im nächsten Jahr oder beziehungsweise in diesem Jahr wird noch einiges kommen. Und, ähm, ja, vom Grafischen haben wir da schon ein paar Ideen, die wir hoffentlich auch dann auf dem YouTube-Kanal umsetzen können. Ähm, aber ich möchte da auch noch nicht zu viel verraten. Und, ähm, auch gerade bei den neuen Format-Designs, ähm, wird einiges passieren. Und, ähm, wir arbeiten da hart dran und ich, äh, bin da sehr optimistisch, dass wir da, glaube ich, auch was ganz Gutes hinbekommen. Und, ähm, speziell zum Livestream hoffe ich natürlich, dass wir da nochmal öfter live gehen werden. Und da werden wir auch nochmal am Set ein bisschen hier und da ein bisschen basteln, am Tor nochmal ein bisschen basteln. Also die gute Nachricht für dieses Jahr ist auf jeden Fall, dass wir ein bisschen Budget wieder haben für Technik. Und da wird auf jeden Fall wieder ein bisschen was eingekauft. Du hast ja unzählige Filme gesehen dieses Jahr. Aber kannst du sagen, welcher dich am meisten positiv überrascht hat? Positiv überrascht? Ich will jetzt nicht schon wieder everything, everywhere, all at once sagen, weil das wäre langweilig. Ähm, positiv überrascht? Ja, ich glaube tatsächlich ist es so ein bisschen, ähm, The Batman. Weil, ich meine, auf The Batman, ähm, wurde ja viel geschaut, weil wir jetzt nochmal neu gehen und, ah, Ben Affleck ist wieder raus. Und, ah, jetzt ist es Robert Pattinson, na, Glitzer, Vampir, ah, bla, bla, bla. Ja, und, ähm, ich war zwar vorher schon mir eigentlich bewusst, ähm, dass der Film gut wird, aber dass er so gut wird, ähm, das hat mich echt umgehauen. Und der Film funktioniert von Minute eins an und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen, ja, The Batman, ja. Hallo Sebastian, ähm, ich hab auch nochmal eine Frage an dich. Und zwar, äh, was war der beste, schlechteste Anime, den du dieses Jahr gesehen hast? Ach, ja, die Animes, also dieses Jahr, was ich so im Kino gesehen hab, hat mich nicht so viel umgehauen. Ich hab, glaub, aber auch zu, zum Geständnis, muss ich sagen, hab nicht so viel gesehen. Ich hab nur Belle und, ähm, The Dear King im Kino gesehen. Fand ich beide jetzt nicht so berauschend, ähm, Anime-mäßig, sonst, so was Serien angeht, hab ich halt viel altes Zeug geguckt. Ähm, Sword Art Online bin ich grad irgendwie immer noch dabei. Und, ähm, ja, ich gucke auch immer noch Naruto irgendwie weiter. Und sobald ich irgendwann durch bin, wird's auch ein Video geben. Also, irgendwann 2023, ähm, wird euch das erwarten. Aber so schlechte Sachen hab ich da jetzt eigentlich gar nicht so gesehen. Also, ich meine, es war halt viel altes Zeug, was halt schon mit guten Vorschusslorbeeren dahergekommen ist. Sowas auch wie Steinsgate. Und, äh, das hab ich alles sehr genossen. Ja, äh, ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Und, äh, du hast ja auch schon die Serie erwähnt, dass die schon sehr gut nicht nur bei dir, sondern auch bei uns ankam. Äh, deswegen die Frage, äh, was erwartest du dir denn noch von Herr-der-Ringe? Also, der Serie und alles, was noch, äh, so auf uns zukommen darf, kann, wird. Pah, ja, Herr-der-Ringe ist halt so ein Thema, ne? Ähm, ähm, ich erwarte, dass Staffel 2 sehr, sehr viel besser wird, als das, was wir jetzt in der ersten bekommen haben. Also, sie müssen jetzt wirklich einfach mal anfangen, noch mehr abzuliefern. Also, Staffel 1 war wirklich sehr viel Figuren aufbauen. Und, äh, so viel Großes ist noch nicht passiert. Das muss jetzt in Staffel 2 echt was werden. Ähm, aber ich bin da zuversichtlich. Also, das kann wirklich immer noch was Großes, Gigantisches werden. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht vergessen, dass ja noch diese Anime-Geschichte da kommt, äh, War of the Rohirrim. Ähm, das ja dann auch, glaube ich, sogar produziert wird von Warner Brothers selbst. Also, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das soll ja dann auch mehr so dem Peter-Jackson-Universum angeeignet sein. Und, ähm, wird ja dann auch so ein bisschen mehr so noch vom Look wahrscheinlich aus diesem Film übernehmen. Gleichzeitig halt animiert. Muss man mal gucken, ne? Aber da habe ich tatsächlich, äh, Bock drauf auf diesen Film. Und hoffe einfach mal, dass Amazon die Serie so ein bisschen vorantreibt. Ähm, wir würden dann noch drei Fragen machen. Alles klar. Dankeschön. Ähm, welcher Film aus diesem Jahr verdient denn deiner Meinung nach am meisten eine Fortsetzung? Äh, ja, gute Frage. Wenn ich jetzt The Batman sage, ist es ja wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil der wird ja auf jeden Fall eine Fortsetzung bekommen. Deswegen überlege ich gerade, was ich so gesehen habe noch dieses Jahr, was mich umgehauen hat. Äh, boah, ist schwierig. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar keine so richtige Antwort drauf. Weil so viele Filme sind einfach so gut, wie sie sind und dann brauchst du keine Fortsetzung oder so. Obwohl, was ich interessant finden würde, glaube ich, ja, jetzt habe ich doch noch einen. Äh, wenn Jordan Peele dieses Nope-Universum irgendwie weiter ausbauen könnte. Weil, ich meine, es geht ja irgendwie so ein bisschen um UFOs. Und ich meine, es wäre ja auch für Jordan Peele was Neues, da tatsächlich mal irgendwie in so eine Richtung zu gehen. Okay, wir bauen da so ein Sequel irgendwie auf. Ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass man das zumindest so als geistiges Sequel fortsetzen könnte. Vielleicht so ein bisschen mehr, äh, von diesen Außerirdischen da an sich erzählen. Könnte ich mir interessant vorstellen. Ich bräuchte es zwar nicht, aber das wäre vielleicht mal was, wo man kreativ werden könnte. Ich habe noch ein bisschen eine spaßige Frage, die ich einwerfen wollte. Oha. Weihnachten ist ja gerade vorbei, aber vielleicht will man ja schon für nächstes Jahr planen. Mit welchen drei Filmcharakteren würdest du denn eine Weihnachtsparty schmeißen? Oha. Ähm, ähm, auf jeden Fall würde ich nehmen den guten George Bailey aus It's a Wonderful Life. Weil der Mann ist anständig und der wird sicherlich gutes Gebäck mitbringen. John McClane sollte natürlich auch nicht fehlen, weil der kann uns lustige Sachen beibringen, wie wir durch die wildeste Weihnachtsfeier kommen. Und, ähm, den haben wir denn noch? Ähm, ich nehme einfach, darf ich hier unseren technischen Leiter für Bild und Ton André nehmen? Der gehört auf jede gute Weihnachtsfeier. Und, äh, ja, ich glaube, das wären die drei. Ich glaube, es wäre eine lustige Weihnachtsfeier. Hallo Sebastian, hier hinten. Oh, hallo. Ich habe auch noch mal eine Frage für dich, beziehungsweise mich würde mal interessieren, was hast du vor Filmstarts gemacht? Kannst du vielleicht einen kleinen Eindruck von deinem Lebenslauf mir geben? Oha, jetzt sind es ja hier ganz, ganz persönlich. Na ja, gut, ich habe fleißig mein Abitur gemacht. Ich war einer der letzten Jahrgänge, die noch die Wehrpflichte ableisten mussten. Das heißt, da war ich auch noch bei der Bundeswehr. Hat mir dann aber auch gereicht nach neun Monaten. Da habe ich studiert, Kommunikationswissenschaften. Bin dann in Berlin gelandet. Habe erst hier bei so einem kleinen lokalen Fernsehsender gearbeitet als Kameramann. Deswegen weiß ich so ein bisschen hier, was der André hier so alles macht. Da haben wir auch so alles Mögliche eigentlich gemacht. War dann da auch schon Redakteur. Habe da dann auch das erste Mal angefangen, so Interviews zu Filmen zu machen. Darüber habe ich dann tatsächlich den guten Christoph Petersen von der Filmstartsredaktion kennengelernt. Und als die dann irgendwann mal die Ausschreibung hatten, oh, Videomensch gesucht, bin ich so zu Christoph gegangen. Hier, das ist meine Bewerbung. Da kriegt ihr doch auch was hin, oder nicht? Und ja, dann ein paar Tage später hatte ich den Anruf, hatte mein Gespräch. Und zehn Jahre später und jetzt sind sie hier. Also ja, das war so der Kurzabriss. Vielen Dank. Noch eine Kurzfrage werfe ich nochmal nach. Wie lange können Sie sich vorstellen, YouTube noch zu machen? Bis es mir keinen Spaß mehr macht. Und bis es euch keinen Spaß mehr macht, mir zuzugucken. Ich meine, ich werde ja auch nur noch faltiger und älter. Also vielleicht sagt ihr euch irgendwann so, boah, ein Glück dreht er noch nicht in 4K so. Dann würde man ja wirklich alles sehen. Aber ich sage mal so, solange die Themen da sind und vor allen Dingen solange der Spaß dabei da ist, dann, weil wenn das irgendwann verloren geht, dann glaube ich, macht man auch keine authentischen Videos mehr. Und dann wäre vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, so okay, gut, vielleicht sitze ich nur noch hinter der Kamera oder so. Damit würden wir die Fragerunde dann beenden. Danke für Ihre Zeit. Und unser Chefmoderator würde noch einmal ein paar Worte über das nächste Jahr verlieren. Und danach würden wir die Konferenz dann beenden. Oha. Gut, ja, 2023 viel. Wir haben sehr, sehr viel vor. Ich meine, wir haben wahnsinnig viele Blockbuster, die uns erwarten. Die größte Angst-Blockbuster ist für mich immer noch irgendwie Indiana Jones 5. Darauf werden wir uns irgendwie seelisch und moralisch vorbereiten müssen. Aber ich hoffe, dass es ein toller Film wird. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Filme. Wir haben auch wieder wahnsinnig viele Marvel-Serien. Also das altbekannte Programm der wöchentlichen Recaps und erklärt Sachen geht natürlich weiter. Wie gesagt, wir haben es ja schon am Anfang gesagt. Wir überlegen tatsächlich auch mehr, wie wir noch Livestreams irgendwie ins Programm integrieren können. Gleichzeitig arbeiten wir fieberhaft an neuen Formaten. An zweien sind wir schon so in den letzten Zügen, wo wir dann vielleicht auch tatsächlich demnächst dann bald mal was zeigen können. Ich hoffe, das kommt dann auch bei euch gut an. Also wir wollen ja nicht nur das Alte machen, sondern uns auch ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen 2023 bietet uns auch gute Möglichkeiten, was Serien angeht, was Filme angeht. Da kommt noch einiges auf euch zu. Danke, Herr Gerchikow. Das war's dann. Danke, dass Sie alle da waren. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr genau an dieser Stelle wieder. Bis dann. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Dankeschön. Ganz gerne aufstehen. Das ist nur ein Kanal an meiner Box dran. Ja, vielen Dank, dass ihr... War echt cool. War ein ganz anderes Feeling. Ich will mich jetzt kleine Browser ansehen.